Wir sind heute im Sandbar & Grill in Miami. Eine der absolut bekanntesten Adressen, wenn es um, ich sag mal, Eating-Challenges geht. Wir haben uns dazu, wir haben uns wirklich eine Weile gebraucht, ehrlich gesagt, dass wir was gefunden haben, was uns wirklich gefallen hat. Da gab es eine Füldi-Inch-Pizza, die ist vielleicht so groß wie, man sieht es jetzt nicht, also man sieht es beim Video schon, wie ein Tisch eigentlich. Noch größer als ein Tisch. Wir haben jetzt noch Chicken Wings im Angebot gehabt, folgende Chicken Wings, nur acht Stück eigentlich, aber die werden so scharf sein und da wir das das erste Mal machen und auch relativ top-seitig, so was das angeht. Wir müssen auch dazu sagen, dass wir... Er hat immer mal Scheißerei. Was ist das? Was genau drin ist, steht halt nicht drauf. Hier hat vermutlich irgendwas Ekelhaftes. Wir haben uns jetzt auch erst mal ein klein bisschen Wasser bestellt und gucken mal, ob wir damit über die Runden kommen. Das ist nur unser Dip. Es sieht ja aus wie drei riesige Berge von Eisbären und wie. Keine Ahnung, wie man das schon hat. Was ist das überhaupt unmöglich? Ja, das ist unmöglich. Ja, das ist unmöglich. Kannst du es tun? Hell no, ich kann nicht so much, man. 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 Das ist nicht 5 Pfund, das ist 50. Das ist 5, man. Das ist viel, man. Das ist viel, man. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich glaube, das war ein Fehler. Aber seht ihr, wie groß die ist? Wie groß drin ist? Das Ding ist riesig. Ja. Das ist unfassbar. Aber er hat gedacht, das ist möglich. Also mal sehen. Here we go. Here we go, baby. Lass es schmecken. Wie sieht man? Wie heiß da drin ist? Ich weiß gar nicht, wie sie anfangen können. Das ist so lecker. Oh mein Gott. Ey, das schmeckt geil, ey. Also meine Strategie, das ist schnell essen möglich. Kannst du dann eigentlich den Rest noch mal durchessen? Das ist mein Hauptsinn. Mein Trick ist es, Alex, irgendwann so moralisch zu vermirken, indem ich die ganze Zeit zu fasse. Ja. Machst du dann super aus, du bist so geschickt. Hä? Vielleicht hab ich's gebrochen. Ja, das ist... Mach Mama stolz. Mach Mama stolz. Mach Mama stolz. Mein Arme fragt, ich hab einen zu regeln, wie lange der Kopf vielleicht muss. Ist das hier? Ja. Ja. Ich habe ihn mitgebracht. Kann ich dir ein secret? Nein. Ich habe ihn mitgebracht. Er hat einen Schraub oder einen Schraub. Er hat alles, außer der Riese. Der Riese wird in deinem Stomach durchgeführt. Das ist das, was er ist. Ja, du würdest du essen, die Schell, und der Schraub und die Meats, und die Meats, wenn du dann auch kannst du durchgeführt. Dann, du kannst das Ries einfach mal so, und dann wird es schnell in deinem Stomach. Du bist fertig. Gut, gut. Ja, 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 ja. Ja, ich bin hier. Ich bin hier. Wie geht es? Wie geht es? Wann? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Wie geht es? Ich bin hier in der Hälfte. Ich bin hier in der Hälfte. Ich bin hier in der Hälfte. Dieses Teil ist so scheiße riesig. Das ist meine Hande vergleiche ich dazu. Und das ist der Teller. Das Ding ist un-fucking-glaublich riesig. Er hat knapp die Hälfte geschafft. Das ist ne volle Hand und da war ne volle Hand. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich kann nicht mehr aufnehmen. Ich bin 4,50 Meter. Ich hab 5,26 Meter. Was ist dein Ernst? Was ist dein Scheiß Ernst? Jetzt fängst du an zu bescheißen oder was? Was habe ich gemacht? Gib mir den Löffel. Gib mir den Löffel. Gib mir den Löffel. Ich hab das. Nein. Nimm das runter. Sag ehrlich. Nimm das runter, was du brauchen kannst. Das ist nicht. Was? 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 Also ganz ehrlich, dass ich dieses Vieh nicht schaffe. Das kann ein Mensch nicht schaffen. Ja, ich hab mal auseinander genommen, aber irgendwie ist da nicht viel raus geboren. Gute. 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 Es geht doch! 3.50 Dollar! Bist du ok? Bist du ok? 1...2...3... 1... Feuer! Warte! 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 Warte!